Er bringt nie alles los mit. Und bezahlt auch das los. Er hat es eingelöst. Herr Billy, wir schließen Sie ab. Alle werden gefilmt. Ja, die Presse ist immer mit dabei. Es muss sein, aber es muss sein, ja. Als wir im Garten den Besuch hatten vorige Woche aus hier. Die Amerikaner, wir hatten Amerikaner zu Besuch im Garten. Und da sage ich dann, die Presse ist immer mit dabei, wir sind es doch gewohnt, sagt er. Ja, wir sind es doch gewohnt. Der redet mit seiner Frau Schwäbisch. Schwäbisch, die wohnt in Schwaben, haben wir gewohnt. In Berlin sind sie jetzt, ganz lustig. Ich weiß nicht, wie viele Jahre. 15 Jahre. Und haben aber in Amerika gewohnt? Ja, ja, ja. Und was machen die denn hier? Die Fissionaren. Ach so, die arbeiten hier. Die bauen Gemeinden auch hier. Ach schön. Die auch? Ja. Und sagt, dass wir uns gefreut haben, dass sie hier waren, ne? Tschüss, Mama. Tschüss. 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 Was machst du? Dann ruf ich mal wieder an, oder? Dann reden wir bei den Amerikanern. Na klar. Tschüss. 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 Und bei Daddy, I'll miss you Daddy. Oh, miss the guys. Oh, miss the guys.